Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. 100.000 Euro möchte ich im Jahr 2022 an der Börse investieren. Und nun ist der Monat April bereits vorüber, das heißt ein Drittel des Jahres 2022 ist bereits vorbei. Und man, 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 das Jahr wird einfach nicht besser. Der letzte Monat stand ganz im Zeichen der Quartalszahlen und die hatten es in sich. Ich glaube Netflix minus 50%, selbst eine Alphabet, eine Amazon minus 20%. Die großen Indizes in den USA haben alle so ziemlich die schlechtesten Monate seit wirklich langer Zeit gehabt. Minus 9%, minus 10%, minus 12% der Nasdaq sogar. Mein Portfolio hat ja ein kleines bisschen besser performt, wie es genau ausgesehen hat, was ich nachgekauft habe, was für Aktien ich dieses Mal verkauft habe und auch was für Dividenden es gegeben hat. Dies und mehr jetzt im Video. Viel Spaß dabei. Beginnen wir wie immer mit dem kleinen 0815 Dividenden Strategie Depot. Hier habe ich große Überraschungen meiner Sparpläne ausgeführt. Das heißt, ich habe gekauft für jeweils 27 Euro Anteile an Nike, Mastercard, Broadcom, Starbucks, Altria, Johnson & Johnson, McDonald's, Procter & Gamble, Microsoft und der Apple-Aktie. Im Depot sieht das Ganze dann wie folgt aus. Aktueller Depotwert sind etwas über 21.600 Euro. Der Kaufwert sind nur knapp 14.000 Euro. Das heißt, ich bin hier gut 7.000 Euro aktuell im Plus. Alle Werte sind jetzt im grünen Bereich. Das ist auch spannend. Dieses Jahr, wo es nicht so gut läuft eigentlich an der Börse, sieht es in diesem Depot aber sehr gut aus. Es gibt kein Unternehmen mehr, was in den roten Zahlen ist. Hier zumindest von den großen. Und es ist auch so, dass die rote Laterne, die oder das Unternehmen, was am schlechtesten performt hat, in diesem Monat einen Wechsel erfahren hat. Und zwar, normalerweise geht es ja immer an Altria. Aber Altria ist jetzt bei mir im Depot in der Tat 22% im Plus. Dazu kommen natürlich die üppigen Dividenden dazu. Und das Unternehmen, was ein kleines bisschen gelitten hat und jetzt quasi das schlechteste, am schlechtesten performende Unternehmen ist, ist Starbucks. Mit nur noch 8,28% im Plus. Wohlbemerkt auch wieder, da ist die Dividende nicht einberechnet, wobei die bei Starbucks jetzt nicht so üppig ausfällt wie bei Altria. An der Spitze, ja, für Apple wird es langsam einsam. Da oben 163% im Plus, etwas über 4.000 Euro. Hat natürlich auch super Quartalszahlen gemeldet und danach dann Microsoft mit 118%. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube es war Anfang des Jahres oder so, da war Microsoft noch vorne. Und jetzt ist Apple hier doch wieder knapp 50% davon geeilt und ist halt bei den etwas über 4.000 Euro. In meinem großen Depot ist natürlich ein kleines bisschen mehr passiert. Genau genommen ist in diesem Monat wirklich eine ganze Menge passiert. Und zwar als allererstes habe ich natürlich meine Sparpläne wie jeden Monat ausgeführt. Das heißt, ich habe hier gekauft eine LVMH, den S&P 600, dann Rio Tinto und ASML. Dazu kommt Canadian National, Whaleray und JP Morgan. Dann habe ich gekauft den Nasdaq, ETF, Striker, Dominos Pizza, Danaher, Texas Instruments. Und das sollte es soweit gewesen sein. Und dazu kommen natürlich noch die Sparpläne hier von der Sparplan-Offensive. Die 500 Euro, also den Developed World, den Emerging Markets ETF, Apple, Mastercard, Danaher und Louis Vuitton. Das sind in Summe 2.500 Euro gewesen. Dazu meine wöchentlichen Aktienkäufe. Das heißt, ich habe gekauft drei Aktien von BlackRock. Da habe ich jetzt 15,8. Dann habe ich gekauft sechsmal Dominos Pizza. Da bin ich jetzt ebenfalls bei 18 Aktien. Aktien 27 mal Starbucks habe ich jetzt 127 Aktien. Und 39 mal Aktien der VF Corporation habe ich jetzt in Summe 76 Aktien. So, und jetzt kommt noch eine Besonderheit in diesem Monat. Ich habe nämlich, also erstmal, wenn ich die alle zusammenrechne, sind es quasi nochmal 8.000 Euro. Achso, und ich habe noch gekauft 175 Anteile am iShares MSCI World Quality Dividend ETF. So, wenn ich das alles zusammenrechne, kommen wir, glaube ich, auf 11.000 Euro, so in etwa. Und ich habe noch gekauft in diesem Monat für 7.000 Euro den Vanguard Fuzzi Developed Europe Ex-UK. Das heißt, eigentlich habe ich quasi Aktienkäufe getätigt im Wert von 18.000 Euro. Allerdings habe ich in diesem Monat auch das erste Mal seit langer, langer Zeit eine ganze Menge Aktien verkauft. Und zwar, ich habe mich von allen deutschen Wertpapieren getrennt, die ich je besessen habe. Das heißt, das betrifft in dem alten Sparplan Offensive Depot die Allianz. Das betrifft hier die Vonovia. Und in meinem großen Depot betrifft das, Moment, wir springen hier mal zu den Wertpapieren. Können wir quasi ganz nach unten scrollen. Ich habe verkauft Henkel, Fresenius, SAP und die BASF. Die habe ich alle abgestoßen. Sieht man hier die Verkäufe. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Moment, wenn ich hier ein bisschen nach unten gehe. Hier, da habe ich zum Beispiel, das ist der Verkauf der BASF gewesen. Also, ich habe alle deutschen Papiere soweit abgestoßen. Das hat für mich primär steuerliche Gründe gehabt. Ist ein sehr komplexes, ein extrem komplexes Thema. Ich sage es mal so, wenn du normalerweise auswandtest, musst du deine deutschen Papiere nicht verkaufen. Das ist von mir quasi eine Vorsichtsmaßnahme, weil ich keinen Bock auf deutsche Bürokratie habe. Ja, und das sind für mich, das sind sowieso quasi die absoluten Verliereraktien, wenn wir hier durchgehen. Das ist ja die All-Time-Historie und es ist quasi, die Aktien sind irgendwie alle hier tief im roten Bereich gewesen. Und jetzt wären sie sogar noch weiter unten als zu dem Punkt, wo ich verkauft habe. Also, das sind eigentlich Aktien, die habe ich seit vielen Jahren im Depot. Ist nie gelaufen. Und dazu kommt jetzt der steuerliche Part. Hatte ich überhaupt kein Interesse daran. Jetzt einen extra Aufwand wegen den paar Euro Dividende, die ich da im Jahr bekomme, zu machen. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, das Ganze zu veräußern. Und habe jetzt quasi sämtliche Anteile an deutschen Unternehmen verkauft. Ich habe stattdessen ja gekauft den Vanguard Fuzzi Developed Europe. Und der hat, da habe ich ex UK genommen. Warum? Grundsätzlich habe ich in UK einfach schon relativ viele Anteile. Wir sehen es hier an der Aufteilung. Ich habe mit knapp 20% Shell, Unilever, Imperial Brands und British American Tobacco sind alles recht große Positionen. Das heißt, ich habe in UK schon 54.000 investiert. Und das wollte ich einfach nicht noch höher gewichten. Und Deutschland einzeln, also ich brauche jetzt keinen DAX oder einen MDAX ETF. Deswegen habe ich einfach hier noch den Developed Europe X UK dazu gekauft. Ist ein ausschüttender ETF aus dem Hause Vanguard quasi als Alternative. Und das sind ja so 7.000 Euro gewesen, die ich davor an den deutschen Werten hatte. Die sind jetzt geflossen komplett in diesen ETF. Das ist quasi die Zusammenfassung. Also in Summe habe ich in diesem Jahr, in diesem Monat gekauft für 18.000 Euro, aber 7.000 abgestoßen. Also in Summe sind es etwas über 11.000 Euro gewesen. Ist schon wieder sehr, sehr ordentlich gelaufen. Machen wir weiter mit den Dividenden. Gehen wir hier von hinten durch. Bei der Sparplan-Offensive gab es einmal von Dennerher und von Louis Vuitton. In Summe gab es 3.14. Bei der Sparplan-Offensive aus dem Jahr davor gab es wieder die fette Dividende von Rio Tinto mit fast 30 Euro. Beim 0815-Dividenden-Strategie-Depot gab es 27,50 Euro. Altria schüttet halt einfach mal 25 Euro aus. Ist schon, Altria ist schon ein dicker Fisch, wenn es um Dividenden geht. Und Nike 1,90. Und hier bin ich sehr, sehr positiv überrascht gewesen in diesem Depot. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ja, ich habe hier im letzten Jahr hatte ich 122 Euro an Dividende bekommen. Und in diesem Jahr habe ich im April 254 Euro Dividende bekommen. Das ist wirklich sehr gut gelaufen. Aber wir sehen es hier. Der große Anteil entfällt auf Rio Tinto mit 71 Euro. Fast 72 Euro an Dividende. Aber selbst wenn man das mal rauslassen würde, Striker schüttet 5 Euro mehr aus als im Jahr davor. Nestle hat 3 Euro mehr ausgeschüttet. JP Morgan 14 Euro mehr. Illinois Toolworks 12 Euro mehr. Diageo 1 Euro. Diageo. Ja, es sind quasi viele Positionen, die einfach da 5 Euro mehr, da 10 Euro mehr und so. Das läppert sich halt mit der Zeit echt zusammen. Und so kamen immerhin 254 Euro in diesem Depot bei rum. Spannend wird natürlich der nächste Monat. Da hatte ich im letzten Jahr über 300 Euro. Aber das ist primär die BASF, Fresenius und SAP gewesen, die allein 150 ausgeschüttet haben. Die habe ich jetzt alle abgestoßen. Daher mal gucken, wie der nächste Monat wird. Vielleicht wird daher der Mai für mich nicht ganz so gut. Aber das Quartal ist quasi dahingehend schon sehr gut gestartet mit 130 Euro, 132 Euro mehr an Dividende allein in diesem Depot. Das geht schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Wobei man hier immer so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, das hat halt ganz viel mit dem Euro-Dollar-Wechselkurs zu tun. Es ist halt gerade, man kriegt so viel ausgeschüttet im Vergleich zum Jahr davor, einfach weil der Euro so unfassbar schwach ist aktuell. Ja, dadurch steigt das Ganze halt ein kleines bisschen stärker. Kommen wir noch zur Performance in Summe. Gehen wir hier mal auf das Feld. Die Performance in diesem Depot lag, gehe ich hier mal ganz kurz ein Stück runter. Also auf Jahressicht habe ich jetzt hier minus zweieinhalb Prozent, bin bei minus 1,3 im April gewesen. Ich glaube, der S&P-Verfahren an der MSCI World und so, die haben schon alle deutlich stärker verloren. Bei mir ist halt, ich bin halt aber doch das klassische Boomer-Depot, was sehr, sehr gut läuft aktuell, muss ich einfach sagen. Also ich habe nur 1,3 Prozent verloren und auch wenn wir hier mal in das Depot reinspringen, ich glaube, das lief sogar noch ein bisschen besser, müssen wir mal gucken. Minus 0,4, also das 0815-Dividenden-Strategie-Depot lief nur bei 0,4 Prozent. Und das ist auch sehr, sehr ordentlich gelaufen. Müssen wir mal gucken hier, was da für Werte gut liefen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Gucken wir uns den letzten Monat mal an hier, was lief. Okay, Coca-Cola mit 10 Prozent Spitzenreiter Waste Management. Da habe ich auch eine ganz ordentliche Position. Die ist inzwischen immerhin 4.700 Euro groß. Das ist der Wahnsinn. Ich dachte, das Unternehmen ist richtig heftig bewertet, aber kann auch noch weiter steigen. Mastercard lief gut, die Quartalszahlen waren halt sehr gut. Und, oh, das passiert auch sehr selten, dass Unilever hier mal bei den Spitzenwerten dabei ist. Auf der anderen Seite, was haben wir da? Wise, okay, da redet man nicht drüber. Das ist, das kann ich quasi abschreiben. Das Unternehmen Walt Disney minus 13 Prozent, Dominos minus 12, BlackRock 12. Das sind quasi die ganzen Werte hier, die ich jetzt gerade erst gekauft habe. Starbucks, BlackRock, Dominos. Die habe ich alle einzeln gekauft. Die sind alle ordentlich am Fallen. Auch die großen Positionen, das sind so die großen Positionen, Dominos, BlackRock, Starbucks, die halt doch ein bisschen stärker nachgegeben haben. Aber, aber okay. In Summe sieht es in dem Depot ja auch nicht schlecht aus. Minus 1,3. Ich glaube, in diesem Monat haben sehr viele Depots sehr heftig gelitten. Bei mir sieht es soweit wieder ganz gut aus. Aber es sind halt hier die, ja, die sehr konservativen Value-Werte, die gerade das Depot in eine gute Richtung drücken. Fassen wir das Ganze zusammen mit meiner geliebten Excel-Tabelle. Also, April kommen direkt 21.752 Euro. Hier muss ich sagen, dass ich auch noch, ich glaube, ich habe inzwischen wieder 700 Euro oder sowas, aber 800 Euro liegen auf dem Verrechnungskonto, was ich jetzt wieder zusätzlich investieren kann. Was sind halt immer die Dividenden, die kommen, plus jetzt der Verkauf der Vonovia. Das heißt, da werde ich sicherlich im Mai ein kleines bisschen mehr investieren. Das ist hier, ja, also eigentlich habe ich hier noch eine ganze Menge Cash rumliegen. Dann bei der Konsorsbank und den anderen Depots bin ich jetzt bei 289.000, also plus 7.000, wobei ich halt auch heftig investiert habe, ergibt in Summe 311.000. Kursgewinne gab es, ja, Kursverluste 4.848 Euro ging es gen Süden. Das heißt, ich bin jetzt in Summe wieder bei minus 6.300 Euro in diesem Jahr. Investiert habe ich 11.634 Euro. Da habe ich quasi die 7.000 von dem Developed Europe rausgerechnet. Das sind nur die einzelnen Käufe jede Woche plus die Sparpläne, plus der World Quality Dividend. Das heißt, ich habe bis jetzt 58.000 Euro in diesem Jahr investiert und das ist natürlich schon bombastisch. 58 Prozent, das heißt, ich habe ein Viertel mehr investiert, als ich haben müsste. 25.000 Euro bereits zu viel investiert. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Und was die Dividenden angeht, könnt ihr hier drüben noch sehen, ja, sind halt bei 314,37 Euro. Das ist auch knapp eine Verdopplung, nicht ganz im Vergleich zum Vorjahr. Da gab es 2020 88 Euro, 160, 314 ist, ja, das geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Aber gut, hängt halt so ein kleines bisschen an Rio Tinto. Nächster Monat wird überaus spannend. Ich habe natürlich jetzt zu Beginn des Jahres unfassbar viel Geld investiert. Gerade wenn ich das mit dem letzten Jahr vergleiche, wir gehen hier mal noch eins zurück. Im letzten Jahr habe ich in Summe investiert 42.000 Euro, 43.000 Euro und jetzt bin ich bereits bei 58.000 Euro. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer, muss man sagen. Aber ich bin da ja in guter Gesellschaft. Onkel Warren hat ja auch im ersten Quartal richtig ordentlich investiert. Ich glaube, hat 41 Milliarden oder sowas investiert, was jetzt zur Hauptversammlung alles so rausgekommen ist. Es ist schon spannend, dem Onkel Warren da zuzuhören. Und ja, wird natürlich, ich versuche natürlich das Tempo beizubehalten, aber wird schwer werden. Vielleicht, vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja. Das ist, könnte kritisch werden, dass ich quasi das letzte Jahr ausgleiche. Moment, Moment. Ich habe im letzten Jahr 43.000 Euro investiert. Weil wir packen hier 43.000 plus 58.000. Das heißt, ich habe jetzt quasi das ausgeglichen, was ich im letzten Jahr hatte. Und ob ich es jetzt nochmal schaffe, 100.000 zu investieren. Das heißt, ich habe jetzt noch acht Monate. Nochmal, das wird, das wird wohl nichts. Aber okay, wir werden sehen. Ich meine, vielleicht schaffe ich es quasi, dass ich dann im Jahr 2021 und 2022 zusammen die 200.000 investiere. Das wäre schon irgendwie, das wäre heftig. Das heißt, dann würde das Depot Ende des Jahres wahrscheinlich, je nachdem, wie es an der Börse läuft, sogar bei über 400.000 stehen. Holy moly, holy moly. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Und gerade jetzt, wo die Kurse, ich finde viele, viele Aktien attraktiv bewertet. Da bin ich heute ganz glücklich, dass ich quasi gutes Cash aktuell habe, weil viele Werte doch irgendwie attraktiv bewertet sind und ich da gerne aktuell zukaufe. Aber gut, das soll es soweit zum Depot-Update gewesen sein. Es bleibt spannend. Mal gucken, was da Mai bringt. Ich hoffe, dein Depot hat im letzten Monat nicht allzu sehr gelitten. Und falls doch, dass du genügend Cash hast, um nachzukaufen, um die doch attraktiven Einstiegskurse nutzen zu können. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.